Hallo Freunde, und ja, fuck, speichern, haha, ja, ähm, mir ist leider, ich hab das Sanchez hier schon gespielt, mir ist leider die erste und äh, zweite Folge, ja, also die zweite und dritte Folge abgeschmiert, irgendwie, zweite Aufnahme, und ja, jetzt machen wir das nochmal los, und ja, wir waren ja, wir sind geblieben, den Roboter zu folgen, und ja, das waren wir jetzt zu, auf jeden Fall, ja, kack, der UAC liegt die Lebensqualität in ihrer Mitarbeiter am Herzen, nutzen Sie unser hochwertiges medizinisches Angebot. Okay, ich will den Haupteingang, ja, äh, 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 das hab ich nicht, ne, 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 Okay, so, ab nach oben. Mars City, Otergrund, ob wir Systeme irgendwie in Aerospace, das ist unser Geschmutz von Mars City, war einer der ersten Merzrücker in Richtung auf dem Mars, Punkt, besucht den Raketen von den Raketen, die der Gängen, aus und so weiter. Wenn sie so schnell in Deckung gewusst. Ja, also, das wusste ich noch gar nicht, das ist jetzt, das hab ich für mich gemerkt. Ich wei, geht wieder. So. Geht low. Willkommen im Verlies Marine, dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe, dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Alles klar, wir gehen, mach den hoch. Okay, nimm dein Zeug. Jetzt bist du einsatzbereit. Testen wir kurz den Funk. Mars Sicherheit Funktest. Super. Gutes Signal. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein und kannst dir die Marsoberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Okay, du bist bereit. Jetzt mal die Games noch ein bisschen runter machen. Da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an rumzuschießen. Ja, alles gut, alles gut. Ich werd hier mal kurz Einstellungen... Spieleoptionen... Oh Gott, 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 Gott. Kann das sein? Alles klar. So, jetzt die Games noch ein bisschen mehr machen. Gut. Du hast nicht viel Zeit, Marine. Du musst... Ach nee, das ist jetzt zu leiser. Tut mir leid. Alles klar. So ist top. Oha. Oha. Entschuldigung. Wie geht's jetzt weiter? Ja. Oh, ich hab hier schon lange keine neuen mehr gesehen. Willkommen im Verlies, Kumpel. Und viel Spaß. Ja, danke. Den werd ich bestimmt haben. Oder auch nicht. Je nachdem. Wie sich das hier entwickelt. Diese Gänge auch schon. Bei Orhan. Ja, suche ich. Denk ich mal. Ist so. Warum kriegst du denn nicht mit deinem fetten Arsch hier runter? Machst du es selbst. Weil's mein Job ist, dass du's tust. Machen, komm. Dann kann ich das weitergehen. Geil. Und ich werde hier weitergehen. Und werde vielleicht hier was einsammeln. Bam. Ich werde hier bestimmt den Kuchen schlagen. Es sei denn... So, alle. Fünf, drei, eins. Weißt ihr, das kennt ihr das Senn? Ja.. bin ich... Boah, finde ich gut. Ab ist mir doch gedacht. Boah. Könnt ihr Wartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ja, Sir, aber das Wissenschaftsteam verlangt den Dingern eben viel ab. Lass die Ausreden. Mach deinen Job und besorg dem Wissenschaftsteam, was es braucht. Ich tue mein Möglichstes, aber manche Vorfälle in dem System kann ich nicht erklären. Merkwürdig. Mach es einfach. Lass du es. Ja. Oh, okay. Ja, aber zu schon. Wieso, was geht denn vor? Meine Güte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, wieso ist die Taschenmappe so schräg? Das ist so richtig eklig. Oh. Hey, bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum? Oh Gott, denke ich schon. Heil dich besser. Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. Das ist klar. Dann wünsche ich mir Glück hier. Von dir können wir auch Glück. Ist so. Egal, ich bin ja sowieso der ganz schittige Sack. Ich wusste, dass das hier ist. Das war mir klar. Mach auf hier. Sehr gut, sehr gut. Marine, hier ist Sergeant Kelly. Du musst dich beeilen. Durchsuch den Bereich und schwing deinen Arsch zurück nach Mars City. Ende. Ja, ich bin schon angelegt. Erreiche die Kommunikation. Komm, komm. Alles klar. Hm? Nein, nein. Bitte, ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht... Sie wissen nicht, was ich sage. Sie können das unmöglich verstehen. Zwei, ein... Zwei, ein... Der Teufel ist real. Ich... Ich baute seinen Griff. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Oh Gott. Wir können das Level nicht halten. Das geht riesig. Oh Gott, was gelacht? Gott, steh uns bei mir. Nein. Wow, das ist mein Ding. Guck mal. ... Schrammeln. Oh Gott. So, wenn ich nicht. Moore geht bei mir. Oh Gott. Was ist mit ihm los? Was ist das? Was ist das denn? Oh was?! Oh fucker! Oh, sind wir! Speichern Gott, Alter! Oh, da ist noch eine Wartier! Der Pfotzer! Geht zurück zur Sicherheit mit Vollpunkt und dort ausgelangst du über den Lift nach Mars City, alles klar, ab zum Lift. Zurück zum Hauptquartier und wartet auf Befehle. Dem Alpha, rückst du! Ah, ah, scheiße! Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Zurück, wir müssen hier raus! Fuck, 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 was geht hier? Ohoho, scheiße! Los, zu jemand, los, ne, scheiße! Was? Oh, was ist das? Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 4, hier sitzen wir im Labor fest! Kommandozentrale, hier Feuerteam 2! Hauptenergie-Systeme in der Sub-Ebene sind ausgefallen! Nur Hilfs-Energie und Lebenserhaltung warten! Fehle zivile Opfer! Wir herrschen Kass! Gut! Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern! Wir müssen Hilfe! Ist klar! Geht ja schon gut los jetzt hier! Ohohohoho! Alter! Hier ist es hier! Halt! Hack-Shot! Mann! Ich will dir doch noch mal einen richtigen und Test kosten! Die Steuerung ist schon echt so... Puh! Spring! Ich habe nichts mehr nach vorne. Alter. Was geht denn da? Shit. Dann geht sie wohl runter. Ist das alleine? Und wo kam ich jetzt? Ja. Ja. Alles klar, ich muss das Ding machen. Alle Einheiten, hier Kommandosentrale. Meldet euch bei Marine Hauptquartier und wartet auf Befehle. Oh, beruhigt euch! Schild doch mal! Alles klar. Oh, die sind scheiß Dinger. Sauren Headshot gebe ich noch. Fucks. Weg mit dir, du ohne Tier. Jetzt? Bist du was? Hilfe! 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 Kommandosentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Raus! 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 Ja, ich kann doch mal. Oh, ich... Oh, verwirrt halt. Oh Gott, ich weiß nicht wohin! Aaaaaaah! Okay. Schrot! 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 Alle raus aus dem Versorgungsdominor! Los, los! Gehen wir den Schrot aus! Dankeschön! Ich freue mich die Köpfe! Was sag ich euch! Ich... Schrot! Ich bin ein Schrot! Ich bin ein Schrot! Was soll ich... Woh? Okay, 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 okay. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ja! Ich mach' recht. Die ist schön und gut hier, ich muss mich dabei kommen. Ich... Oh Mann! Ich veröre mich hier total, aber... Dein Eingang wie der andere aussieht! Das ist schrecklich! Oh Gott! Alles klar, ich bin wieder richtig. Wie schön er ist er denn raus? Ja, ich bin in Ruhe. Boah. Beihengüttel. Zieh mal alleine. Boah. Boah. Alter. Das ist echt heftig. Muss ich nicht sagen. Geht gut auf das Spiel. Geht gut auf. Pozze gewaltt. Oh. Er ist nochmal wert von ihm zu Dorrot. Uch. Zombi. Da. Geht mosquitoes auf das plane, retriever. Bang. Kommando-Zentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Bin ich richtig, bin ich falsch, ich gehe sie gar nicht mehr durch jetzt. Ja genau, die kamen lang und so. Gut, gut. Raus, raus! Gut. Raus hier! Oh Gott, ich weiß nicht wohin! Und ähm... Ach hier, dann kommt hier. Hihi! Hat der nicht kippt drauf? Nein, 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 nein. Danke! Hallo! Meiner, das muss man... Alter! Wie hässlich das ist! Dankeschön! Alter! Der scheint mich jetzt gleich wieder mit dem Schrott an. Kleine Witze! Meine Güte, da habe ich es mir nicht da gerade mal eingesammelt. Und dann wird's... Oh! Ja, 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 ja. Oh! Oh! Oh... Oh! Abstand, ja... Der tut mir, glaub ich auch ein bisschen gut jetzt, oh, umfangen... Oh, fuck. Oh, fuck. Du spülgedächtst. Das ist echt super. Komm her. Komm her. Arschloch. Komm, zu Papa. Puts. Alter. Warum? Kommando-Zentrale. Hier ist Team Bravo. Wir haben einen Toten und mehrere Verbundete. Wir kommen rein und brauchen sofort einen Sammy. Ja, ich brauche auch einen Sammy. Team 2. Die Magnet-Warmstrecke von Mars City ist zerstört. Kein sicheren Transport zur Basis möglich. Ende. Alles klar, Feuer Team 2. Zurück zur nächsten Station. Errichtet dort einen Kommandoposten. Du kannst dann gleich wieder liegen bleiben, Alter. Oh. Ui. Hier geht es gleich ab, oder was? Und wo kommt er jetzt rechts hin? Ja, ja, ja. Zurück zum Kontrollpunkt. Ziele füllt, Alter. Daneben. Oh, getroffen. Alle Einheiten. Hier ist Sergeant Kelly. Geht zurück ins Hauptquartier und wartet auf Befehle. Hey, komm und komm. Wow. Hör doch mal auf, bitte. Danke. Deine Arschlaken. Hui. Kann man sowas nicht bearbeiten? Das war früher bestimmt genau so lange wie jetzt. Ja, ein bisschen traurig. Ich spreche dir nochmal auf, ich will bei ihm. So. So. Alle Marine Einheiten. Hier ist Sergeant Kelly. Aber sie ist ja nicht wieder. Die Position Mars City nicht erreichen. Kommit euch am Ort. Wartet auf Befehle. Ende. Ende. Hey, du. Ja. Du. Was ist klar? Ich dachte, ich sei der letzte Überlebende. Zum Glück habe ich dich gefunden. Ja. Etwas ist passiert. Ich weiß nicht was. Es lief wie eine Schockwelle durch die ganze Basis. Die Leute veränderten sich. Es war verrückt. Ich habe an den Ventilationsschächten gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Hol Hilfe. Bitte. Wer hätte ich es schaffen. Wer hätte ich Hilfe holen können. Die ist am Film erfahrt in der nächsten Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und wenn das Video gefallen hat. Dann lasst einen Daumen. Dann lasst einen Abonnenten. Ich bin raus. Und tschau. Die ist am Film. Die sind die Schockwelle. Vielen Dank.